Es sprechen für euch alle nach, was ich sage. Ihr habt ihn aber schwört mit und haltet es unverbrüchlich. Keiner, weder ein Liebhaber noch ein Ehemann, soll mir nahe und steig und schwangst. Jetzt auch schon. Soll mir nahe und steig und schwangst. Es ist verdammt, wenn ich nie schon weiche. Zu Hause leben will ich gänzlich unberührt. Im Saftverkleid und schön zurechtgemacht. Damit mein Mann heftig brenne vor Verlangen nach mir. Und niemals will ich mich meinem Mann heftig brennen vor Verlangen nach mir. Und niemals will ich mich meinem Mann freilich hingeben. Schwein still, sonst hau ich dich, bis das die alte Haut dir abfällt. Was, wenn ich dich mit Fäusten schlag? Was, was tust du mir anspüren? Den Tag wird's dir gleich zeigen. Ich, nichts fragend, darf ich dich jetzt mit dir anfang zu lassen? Ist es nicht schrecklich, dass gerade die vom Auswaschen und Ausklopfen reden, die überhaupt nichts mit dem Krieg zu tun haben? Gebt teil, du Gatt, du aberflugger! Mehr als doppelt rach wie an ihm. Erstens, indem wir Söhne gewehren und die Erschwebewachen wieder hinausschicken. Ich meint! Das schämme ich nicht an. Und dann, in dem Alter, in dem wir die Jubel genießen und uns das Leben freuen sollen, liegen wir allein im Bett, in der Fächte gewehren. Und dann, in unserer Situation, wenn ich da nicht hände, wenn wir armen Mädchen in ihren Eisern und Kammel eindrehen, bin ich voller Kumpel. Ja, da redet die Männer nicht auch alt. Zeug, du sprichst aber nicht von derselben Sache. Denn wenn ein Mann nach Hause kommt, heiratet ihr auch meine Frau, das ist bald ein gutes Mädchen. Für eine Frau ist nur kurz die Zeit, die sie gelegen hat und das hat. Und wenn sie die nicht wahrnimmt, sitzt sie zu Hause und warten auf eine Bonn-Dachung. Aber jeder, der ihn noch hochkriegt hat. Gut wahr, gut wahr, gut wahr, Zeug. Bist du eigentlich noch nicht tot, ha? Ander zeigen wir, es taucht deinen Zahn. Den Schuh nicht gucken, will ich dir gleich packen. Da, nimm das! Und das in dem Fall wieder. Das hoch. Das hoch.